Moin liebe Wölfe, am Samstag kütte FC. Unsere Wölfinn starten gegen den SC Sand und unsere U23 möchte weiter ungeschlagen bleiben. Das alles und noch viel mehr jetzt in den Weekly Wolves. Erstmal gut Kick in die Runde und herzlich willkommen zu den neuen Weekly Wolves und damit auch Anpfiff zur neuen Bundesliga-Saison. Eine absolute Weltpremiere, das hat es hier noch nie gegeben im Verein beim VfL, denn unser Co-Trainer Michael Angerschmid wurde ein bisschen zu laut an der Seitenlinie. Dann kam der Schiri ums Eck, zack, holt den gelben Karton raus, streckt ihm vor das Gesicht und sagt, so mein Freund geht es auf jeden Fall nicht. Wie gesagt, absolute Premiere, noch nie gesehen, hat es noch nicht gegeben und ey, ich bin völlig fertig, also ich bin raus. Beruhig dich erstmal Mike, einen weiteren Meilenstein gab es in dieser Woche am Elsterweg und zwar haben unsere Wölfin neue Kabinen bekommen und die sehen extrem schick und sehr, sehr komfortabel aus. Wir haben jetzt wirklich endlich alles hochmodern und alles unter einem Dach. Die Spielerinnen haben eine tolle Kabine, tolle Nasszellen. Das Trainerteam ist direkt vis-à-vis nebenan und kann dort die Trainingseinheiten und die Spiele vorbereiten. Wir haben einen tollen Bereich für die Physiotherapeuten, alles offen, alles hell, alles modern. Wir stehen gerade in dem Bereich, wo wir unser Athletiktraining durchführen. Das war früher auch an verschiedenen Orten am Elsterweg nur möglich. Wir mussten immer von links nach rechts umziehen, auch schweres Gerät immer wieder transportieren. Jetzt können die Spielerinnen das Krafttraining direkt hier vor Ort machen und die individuellen Pläne, die sie haben, auch hier in kleinen Gruppen direkt absolvieren. Gerade wurde die erste Runde der UEFA Women's Champions League ausgelost und unsere Wölfin treffen auf KFF Mitrovica aus dem Kosovo. Rund geht es dann am 11. und 12. September auswärts und zu Hause am 25. und 26. September im Auka-Stadion. Spektakulär war auch das 3 zu 3 zwischen unserer U23 und der zweiten Garde des HSV. Das Team von Rüdiger Ziel steht mit 10 Punkten ungeschlagen auf dem zweiten Tabellenplatz. Und jetzt wird die Reise angetreten nach Bremen. Dort geht es zur zweiten Mannschaft. Als der VfL bisher zum einzigen Male die Saison gegen den 1. FC Köln eröffnet hat, wurde er am Ende auch deutscher Meister. Und den Flashback, den gönnen wir uns jetzt. Das Team von Rüdiger Ziel ist die Saison gegen 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 die Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wolfsburg und der 1. FC Köln trafen in der Bundesliga bisher 26 Mal aufeinander, dementsprechend 13 Mal hier in Wolfsburg und davon wurde nur ein einziges Spiel verloren. Wolfsburg ist bereits seit sieben Heimspielen in Folge ungeschlagen. Zuletzt, ihr erinnert euch alle, gab es das geile 8 zu 1 gegen den FC Augsburg. Bei uns ist Vielfalt keine Eintagsfliege. Auch in dieser Spielzeit werden alle Mannschaften des VfL Wolfsburg mit der Regenbogenkapitänsbinde auflaufen. Ein absolut starkes Zeichen. Neu bei uns im Programm, liebe Wölfe, die Spieltagsquiz. Freut euch also drauf und wir haben auch mal unsere Spieler gefragt, was sie so denken, wer denn deutscher Meister wird in den Bundesliga-Predictions. Klickt euch also rein. Wir melden uns dann am kommenden Samstag nach dem Spiel mit den Stimmen zum Spiel und der Pressekonferenz nach dem Spiel. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und sag bis bald, euer Felix.